Das ist die Jesu Geburt. Das ist der Retter der Welt und das ist die Hauptsache für die Christen. Und dann für die Menschen auf der Straße, das ist ja all die Festlichkeiten, all die Einkäufe und mich persönlich sind die Familienfeste auch sehr wichtig, weil sie gefallen mir. Mir persönlich liegen Kinder am Herzen. Ich habe gerne Kinderarbeit gemacht und ich habe in der Sonntagsschule mitgearbeitet und jetzt wo die Möglichkeit war, als Weihnachtsmann zu spielen, ich habe, als ich jünger war, das öfter getan und jetzt mache ich das mit Liebe. Das geht mir wirklich gut. Das ist mal was anderes im Alltag.